Ich war eigentlich nie so die große Bäckerin, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war irgendwie einfach so aus der Lust heraus entstanden. Und mein Bruder und ich haben dann quasi so einen Businessplan erstellt und somit waren irgendwie die ersten Kartons dann auch schon bestellt. Und ja, dann habe ich meine eigenen Rezepte geschrieben, meine ganzen Füllungen und so weiter vorbereitet und dann bin ich einfach gestartet. Mein Name ist Maike Heimann. Ich bin die Gründerin von Lütje Schnoperey, angefangen 2020 und ich mache leidenschaftlich gerne Cupcakes. Das Spannende am Cupcakes machen ist eigentlich so die Kreativität. Also man kann ja immer wieder was Neues machen. Habe ich heute Lust, einen Apple Cupcake zu machen? Mache ich ihn so, mache ich ihn so. Du kannst halt immer wieder individuell was Neues herstellen und das ist halt super cool. Und das Gute daran ist auch, wenn mal was schief geht, ist nicht gleich so eine ganze Torte irgendwie im Eimer, sondern man hat dann irgendwie ein, zwei Cupcakes, die man dann halt selber mal isst und somit, ja, hat man nicht so einen großen Verlust. Ihr könnt die hier bei uns im Laden kaufen, bei Bäckerei N, einfach vorne in der Theke. Ansonsten gibt es die auch noch in Nesmesil, da stehen wir immer mit unserem Verkaufswagen von der Bäckerei und Konditorei N und dann könnt ihr die auch noch am Großen mehr kaufen. Wir kommen zum nächsten Mal.